So, dritter Teil. Wir machen mal weiter. Jetzt haben wir uns hier mit Histogrammen und Kreisdiagrammen, Streifendiagrammen und so einem Kram beschäftigt. Alles gut und schön. Uhrliste wissen wir, das ist praktisch die ungeordnete Datensammlung, die man dann aufbereitet. Merken, Histogramm entsprechen, damit man entsprechende Verteilung machen kann. Habe ich eben alles gesagt. Jetzt kommen wir mal zu einigen Worten, die wichtig sind, die wir dann im Einzelnen später in der Übung machen. Und zwar das Wort arithmetrisches Mittel. Arithmetrisches Mittel. Das ist nichts weiter, ich sage mal ganz locker, als der Durchschnitt, der sogenannte Durchschnitt. Das kennen wir schon, zum Beispiel A ist G plus D durch 2 mal H. Das war hier Deckseite, Grundseite. Und da haben wir gesagt, normalerweise sagt man ja einfach G mal H ist die Fläche. Und hier haben wir den Durchschnitt aus diesen beiden Seiten gebildet, aus G und D. Hier ist H, steht senkrecht. Und der Durchschnitt der Seiten, weil es zwei Seiten sind, haben wir durch 2 geteilt. Wenn wir mehrere Noten haben, 1 geschrieben, eine 2, eine 1, eine 3 und eine 1. Dann sagen wir 1 plus 2 plus 1 plus 3 plus 1 und nehmen die Summe durch 1, 2, 3, 4, 5 Zensuren. Nicht besonders. Das ist das arithmetrische Mittel. Jetzt gibt es einen sogenannten praktischen Mittelwert. Mittelwert, was ist das? Praktischer Mittelwert. Mittelwert, aha, da wird irgendwas wieder im Durchschnitt gerechnet werden. Ja, da sagen wir, wir haben doch, damit es übersichtlicher wird und nicht so hässlich wie hier, in dem Histogramm, ist es besonders deutlich sichtbar, dass es gut ist, das so zu machen, die verschiedenen Sprungweiten in Klassen aufgeteilt. Man sagt Klassen dazu, also das hier und das und das, das sind Klassen. Also von bis, Werte von bis in Klassen aufgeteilt. Und wenn ich die Durchschnitte der einzelnen Klassen bilde und aus diesen Durchschnitten den Durchschnitt, dann habe ich den praktischen Mittelwert. Ist also der Durchschnitt der Klassendurchschnitte. Ich mache mal so, Durchschnitt als Durchschnittszeichen, wie eben geschrieben. Hier so ein Kreis und ein Strich durch. Durchschnitten, durchschneiden, da sieht man das. Kreis durchschneiden. Wir werden uns dann auch später mit dem praktischen Mittelwert beschäftigen. Noch was. Ein Maximum und ein Minimum. Eigentlich muss man es kaum erklären, aber Maximum, Minimum. Das mache ich jetzt mit einem Beispiel. Und zwar bezogen auf unsere Weiten. Wir gucken mal hier auf die Weiten, die wir hatten. Der maximale Wert, suchen wir den mal. Tralala, 4,51 Meter. Einverstanden? Das ist das Maximum. Okay. Das ist die, diese Weite hier. Das ist also der größte Wert, der auftritt. Nehmen wir noch das Minimum in grün. Gucken wir mal, 249 war wirklich wenig, 255. Also hier, das ist das Minimum. Das ist der kleinste Wert. 2,49 Meter. Also der kleinste und der größte Wert. Kennt man eigentlich. Das ist nicht das Problem. Und jetzt gibt es noch was. Und zwar die sogenannte Spannweite. Spannweite. Die Spannweite sagt Maximum minus, ich schreibe das mal aus, damit keiner denkt, das gehört wie ein Bindestrich zusammen, minus Minimum. Und Maximum minus Minimum. Da sage ich einfach 4,51 minus 2,49. Hatt ich nie noch 4,99 dabei? Ne, habe ich vergessen. Ist nicht schlimm. Jetzt müssen wir das noch ausrechnen. 11 minus 9 ist 2,1 gemerkt. 5 minus 5 ist 0. Jetzt kommt das Komma. 2,02 Meter. Das ist die Spannweite. Das heißt also, zwischen dem größten und dem kleinsten Wert die Differenz. Der Unterschied vom weitesten bis zum kürzesten Springer. Das sind Dinge, mit denen wir uns beschäftigen werden. Ich glaube, ich muss keinen Zensurendurchschnitt mal vorführen, wie hier oben. 1 plus 2 ist 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 durch 5, ne. 8 geteilt durch 5. Und dann macht man eine Schwänzchenrechnung. Und das ist das 1. 3 zu 5, 1,6. Das wäre hier in diesem Fall der Durchschnitt. Das kann man mit allen möglichen Daten machen. Das kann man auch mit Weiten machen. Und wenn ich dann die Weiten alle im Durchschnitt wähle, dann geht das auch. Kommen wir später dazu. Jetzt kommen wir zum anderen Wort und zwar zum Median. Was ist der sogenannte Median? Ich mache mal vorher einen Sprung. Und zwar, wir nehmen mal den Notendurchschnitt einer Klasse. Der Median, der ist anwendbar bei qualitativen Merkmalen. Also gut oder schlecht oder Zwischenwert. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt nehmen wir mal den Notenspiegel an bei irgendeinem Test, den wir mal hier annehmen. 2, 1, 12, 2. Das könnte unsere Klasse sein. 1, 3 und 1, 4 weniger. Und keine 5, aber dafür 4, 6. Ach du liebe Zeit. Wenn ich da einen Durchschnitt ausrechne, 2 mal 1, das wäre 2 mal 1 plus 12 mal 2 und so weiter und so fort. Dann ist der Durchschnitt in diesem Fall 2,85. 2,85 könnte ich da sagen. Mensch, naja, mittelmäßige Klasse, ne? Was ist denn, wenn Folgendes passiert ist? Die Klasse ist sonst viel besser, denn sowas hier hinten, das tritt gar nicht auf. Nehmen wir mal an, vier Schülerinnen haben sich überlegt. Der Olle, der ist neu in die Klasse gekommen, der Lehrer. Und weil der neu ist, den werden wir mal ärgern, wir lernen mal überhaupt nicht. Und sagen hinterher, wir haben ja gar nichts verstanden. Der hat so schnell geredet. Oder irgend sowas. Und die wollen den Lehrer richtig ärgern. Dass sie sich selber dabei ein Ding machen, ist klar. Dann widerspiegelt das doch gar nicht, das Klassenbild, oder? Normalerweise. Die anderen haben gesagt, so ein Quatsch, waren die mit? Die müssen ja bekloppt sein. Das machen wir überhaupt nicht. Gucken wir uns mal an, wie der sogenannte Median aussieht. Und zwar macht man da erstens folgenden Schritt. Erstens, ordnen. Und zwar was? Ordnen nach Anzahl des Vorkommens von Größen. Und zwar ordnen heißt hier in diesem Fall, wo ist die größte Anzahl? Na ja, dann machen wir das. Und damit das gut gelingt, ich mache das mal in blau, sagt man, okay, wir nehmen hier mal die grafische Variante. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, zweien. Das sind zweien. Man ordnet also nicht erst von sehr gut bis gut und befriedigend und so weiter, sondern man nimmt da, wo die meisten Anzahlen sind. Dann guckt man und sagt, oh, vier Sechsen. Na gut. Eins, zwei, drei, vier Sechsen. Sechsen. Das nächste meiste sind zwei Einsen. Eins, zwei, Einsen. Und jetzt kommt eine Drei und eine Vier und da ist es egal, aber da nimmt man dann wieder die Qualität als Merkmal und sagt, erst die Drei, dann eine Vier. Eins, breit ist dann eine Drei. Und hier noch Eins, ist dann eine Vier. Ein Dreien, Vieren, ne? Und jetzt kommt das Wort Median. Und jetzt müssen wir uns nochmal überlegen. Median. Ich schreibe mal verschiedene Worte auf wieder, so wie bei Modal. Median ist unser Wort, was wir klären wollen. Und wir nehmen mal das Wort Mediator. Wir nehmen mal das Wort Medi-Terran. Und dann werden wir mal sehen, was dabei rumkommt. Ein Mediator ist ein Mensch, der, wenn sich ein paar Leute streiten, der sich einfach dazwischen stellt und sagt, komm. Immer ruhig. Also jetzt redet ihr, dann redet ihr. Und so kriegen wir das nämlich hin. Bevor ihr euch da kloppt, werden wir das alles erstmal mit Worten lösen und mal sehen, was der eine gegen den anderen hat. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Medi-Terran heißt folgendes. Terra, die Erde. Und daher kommt auch dieser Begriff. Hier habe ich Erde. Hier habe ich Erde. Und hier dazwischen habe ich Wasser. Und zwar, wenn ich es mal konkreter mache. Hier habe ich Erde. Und hier habe ich so, sieht aus wie so ein Fußball mit Fuß dran. Sieht aus wie das Mittelmeer. Und tatsächlich, aus diesem Bereich kommt das. Der Begriff heißt Medi zwischen den Erden. Hier ist Erde, nämlich die heißt Europa. Und hier habe ich Afrika. Also zwischen den Erden. Dazwischen. Was wird denn dann der Median sein? Was wird der Median sein? Ja, es kommen verschiedene Begriffe. Zwischenwert, Mittelwert, Trennwert. Ja, ja. Wir liegen alles wirklich sehr gut dazwischen. Dazwischen. Der Median wird wie folgt bestimmt. Man sagt einfach, warte mal, von hier bis hier, müssen wir mal zählen. Das waren 12 plus 4 ist 16, 18, 19, 20. Das ist 20 lang. Das sind also 20 Schüler. Und jetzt kommt es. Jetzt kommt der Median. Achtung. Jetzt nehme ich einfach die Hälfte. Und zwar bei 10. Das ist hier. Das hier ist der Median. Das heißt, ich schnappe. Ich ordne erst. Und dann kommt zweitens die Mitte. Dazwischen. Wir nehmen genau den Zwischenwert. Und jetzt guckt mal. Wenn der Median also, wie ist der Median hier? Der ist 2. Wie ist die Klasse? Die ist gut. Obwohl ich hier einen Durchschnitt von 3 habe. Habe ich aber eigentlich eine gute Klasse. Der Median sagt noch mehr. Hier gibt es eine Frage. Noch was zum Median. Jeder kennt wahrscheinlich mittlerweile Amazon. Und da gibt es doch bei einem, wenn ich irgendwie einen Artikel suche, dann sieht doch mein Bildschirm so aus, dass ich hier verschiedene Artikel habe mit Buitaren dran und so weiter und so fort. Und dann steht hier ein Text. Und noch ein Text. Und noch ein Text. Und nehmen wir an, ich habe einen Artikel gesucht und stelle fest, Mensch, einmal kostet der Artikel 5 Euro und einmal kostet der 4 Euro. Und ich gucke weiter und sage, der hier hat 5 Sterne und der hat nur 3 Sterne. Da kann der billiger sein, ich kaufe den nicht. Oder? Ich war ja verrückt. Denn mit dem haben ja wahrscheinlich schon manche Leute Ärger gehabt. Ich war mal neugierig und habe mir solche Sachen angeguckt. Und da bin ich auf etwas ganz Schlimmes gestoßen. Und zwar, das passiert immer wieder, dass Leute die Sterne mit den Zensuren verwechseln. Hier bei diesem Artikel ist folgendes passiert. Da hat ein Mensch, ähm, hat der 5 Sterne gegeben und hat einen Riesentext geschrieben. Und Lob über Lob. Dann gab es einen, der hatte einen Stern gegeben und auch einen Riesentext geschrieben und noch mehr Lob. Da hat eben eine unten drunter in den Kommentarzeilen geschrieben, ey, wenn du das Ding so lobst, warum gibst du nur einen Stern? Wahrscheinlich hat der nie wieder drauf geguckt, auf seine Rezension, sagt man dazu, ne? Äh, hat der nie wieder drauf geguckt? Hat das so gelassen? Ja. Aber, blöderweise, wie sieht denn das aber aus? Wie viele Sterne hat denn das Produkt demzufolge verdient? Hahaha, furchtbar. Der arme Verkäufer, der dieses Ding, und wenn er es noch so billig anbietet, mit anbietet, der wird wahrscheinlich nichts mehr verkaufen. Wenn dieser Käufer, dieser Kunde hier, wenn der das wieder auf 5 Sterne ändert, der dachte, 1 ist so wie super, 1 Note 1, ne? Der hat blöderweise nicht richtig aufgepasst, nicht hingeguckt und hat eben auf einen Stern gekickt. Der hat diesen armen Verkäufer das Leben damit zur Hölle gemacht. Wie sieht jetzt aber der Median aus? Jetzt nehmen wir mal an, es gab noch einen, der hat folgendes gemacht, und zwar, äh, es gab meinetwegen hier von dem 3 mal und hier 1 mal. Aber Moment, hier gibt es noch Fragen. Ähm, und jetzt nehmen wir mal an, im Laufe der Zeit, wir hätten trotzdem nur einmal 1 Stern und 3 mal 5 Sterne. Wie sieht der Median aus? Gucken wir uns das mal an. Ich habe hier 1, 2, 3 mal 5, das ist der 5er, 5 Sterne. Und ich habe, mache ich mal eine andere Farbe, nur 1 Stern, hier 1 Stern und das rote 5 Stern. Wenn ich das so mache und lege hier die Median an, also, dann sieht man, aha, das ist doch kein schlechtes Produkt. Leider rechnet Amazon aber nur in den puren Durchschnitt und deswegen ist man da manchmal ganz schön angeschmiert. Was ist denn das hier? Das ist ein sogenannter Ausreißer. Der passt gar nicht ins Bild. Hier gibt es eine Frage. Das dazu. Das hier ist also ein sogenannter, das ist auch so ein typischer Statistikbegriff, Ausreißer. Also der fällt aus der ganzen Sache raus. Gucken wir mal, ob hier beim Weitsprung auch ein Ausreißer wäre. Ich hatte es ja schon gesagt, ne. Die meisten, die springen irgendwie um die 3 bis 3,50 und dann haben wir hier. Hier haben wir einen Ausreißer, der viel weiter springt. Das ist ein typischer Ausreißer. Und der Median, der ist gegenüber Ausreißern robust. Man sagt auch, der Median, Median ist Ausreißer robust. Robust, also widerstandsfähig. Der verträgt auch mal einen Fehler in der Statistik. Der verträgt auch mal sowas, dass einer sagt, das ist aber eine Note 1. Nee, Mensch, 5 Sterne hätte es gegeben müssen. Na gut, hat er Mist gemacht. Wenn ich den Medianwert nehme, bin ich besser dran. Rechnen wir mal den Durchschnitt aus. Der Median sagt, 5 Sterne, super Produkt. Wie die anderen beim gleichen Produkt, beim teureren, obwohl es teurer aber gleich ist, auch gesagt haben. Wenn ich hier sage, 3 mal 5 ist 15, plus 1 ist 16, durch 4, ich habe hier 4 verschiedene Bewertungen, habe ich nur 4 Sterne. Hier hätte ich nach dem Median 5 Sterne, weil der eben sich um Ausreißer nicht so kümmert. Das ist noch ein Begriff, der ist wichtig. Wir werden das natürlich dann in allernächster Zeit immer, immer wieder üben, bis zum Abwinken. Kommen wir noch zu einem letzten Begriff. Spannweite und mittlere Abweichung, aber das machen wir später. Spannweite und mittlere Abweichung, aber das machen wir später. Spannweite und mittlere Abweichung. Spannweite und mittlere Abweichung.